Michael Burry, weltbekannt, weil er vor der Finanzkrise auf Verluste gewettet hat bei US-Subprime-Anleihen. Und damit ist er schweinereich geworden. Also ein harter, antizyklischer Investor. Und der hat jetzt die Umschichtungen bekannt gegeben, die neuen in seinem Hedgefonds. Und die größten Positionen, das sind da jetzt zwei Aktien aus China, die die letzten Jahre stark gefallen sind. Ist das eine gute Idee? Sind das zwei Aktien, die ihn jetzt noch reicher machen? Sensationsmeldung, meine Damen und Herren. Donald Trump ist eine Marionette und wird ferngesteuert aus Peking. An Donald Trump, da kommen wir hier sowieso nicht vorbei. Und auf wen wir aber leider auch immer wieder zurückkommen müssen, das ist der Theologe und Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Alexander Görlach. Besser bekannt als der China-Versteher. Und jetzt teilt er uns mit. In Xi's Goldzahl, da wurde Trump programmiert. Jetzt läuft alles nach Pekings Plan. Schockierende Sache. Aber was sind eigentlich die Belege dafür? Tja, hm. Also irgendwie gibt es keine so richtig in dem Beitrag. Und es wird zum Beispiel auch nicht großartig erwähnt, dass Donald Trump in seiner ersten Amtszeit ja einen großen Handelskrieg angefangen hat mit China. Dass er Importe mit einem Wert von 550 Milliarden Dollar belegt hat mit Strafzellen. Und es wird auch nicht erwähnt, dass er für seine zweite Amtszeit jetzt ja sogar schon Strafzölle angedroht hat von 60 Prozent und mehr auf alle chinesischen Importe und ein Komplett-Importverbot auf Elektronik, Stahl und Medikamente. Dafür erfahren wir dann aber, dass Donald Trump Diktatoren ja sowieso bewundert und dass Xi Jinping ihn 2018 ja auch durch die großen goldenen Seele in Peking geführt hat. Und ich zitiere, Gold, so scheint es, ist für Donald Trump die Manifestation unangefochtener politischer Macht. Zitat Ende. So lief das also. Ein Essen im Goldsaal. So billig war der Ausverkauf der amerikanischen Supermarkt. Da sehen Sie mal, das ist Politikwissenschaft. So arbeiten die Profis. Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, dann könnte man ja sagen, spätestens dann, wenn sich abzeichnen sollte, dass Donald Trump wieder der Präsident wird, der Nächste, dann müsste man ja wirklich China-Aktien kaufen. Weil die sind natürlich inzwischen unglaublich stark gefallen. Hier zum Beispiel der Hang Seng China Enterprises Index, der 20-Jahres-Chart von TradingView. Wir sind jetzt fast wieder auf dem Tief von 2022. Das war der Höhepunkt der Covid-Lockdowns. Die Erholung seitdem ist fast komplett wieder abverkauft worden. Und dadurch sind wir aber auch gleichzeitig auch wieder auf dem Niveau von Dezember 2005. Drei Jahre vor der Finanzkrise. Anscheinend haben also die ganzen chinesischen Unternehmen 18 Jahre lang keinerlei Werte geschaffen. Zumindest spiegelt sich das da nicht wieder. Die ausländischen Anleger, die haben Rekordsummen abgezogen aus China. Und auf einer Konferenz in London jetzt, da haben 40 Prozent von den Teilnehmern gesagt, chinesische Aktien sind uninvestierbar. Und in der neuen Umfrage der Bank of America unter den Großanlegern und Institutionellen da ist China-Aktien verkaufen bei den Most Crowded Trades immer noch auf Platz zwei. Also das, was eben alle machen. Platz eins ist US-Technologie-Aktien Long. Platz zwei ist China Short. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, den Sachverhalt. Ich weiß nicht, ob Sie meine Wochenschau kennen. Da gibt es einmal die Woche eben die Themen, die ich interessant finde und die ich wichtig finde. Wenn Sie ein Kanal-Abo machen hier und wenn Sie dabei auch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie automatisch die nächste Wochenschau eben auch mit. Dafür auch schon mal herzlichen Dank an Sie. Zum Abo geht es hier unten. Aber wie auch immer. Also China-Aktien sind in einer Weise out. Man würde es kaum vermöglich halten. Aber es gibt langsam wieder Analystenhäuser, die sagen, das könnte eine Chance sein. Das ist möglicherweise ein guter Einstiegszeitpunkt. So wie hier Lazar oder die UBS. Und es gibt auch wieder westliche Investoren, die China-Aktien kaufen. Und einer davon ist, wie gesagt, Michael Burry. Er ist sehr bekannt geworden. Damals, vor 15 Jahren, mit seinen Wetten gegen Subprime-Hypothekenanleihen. Und das ist sogar verfilmt worden. The Big Short heißt der Film. Sehr sehenswert. Allein schon darum, weil diese Wette, die ist ja lang auch gegen ihn gelaufen. Und die Investoren von ihm, die haben natürlich auch irgendwann mal stark Druck gemacht. Und haben ihn auch für einen Spinner gehalten zum Teil. Man sieht also, es kann sehr schwer sein, wenn man eine feste Überzeugung hat. Aber wenn das anscheinend außer einem selber absolut keiner so sieht. Und der Film hat dann aber natürlich ein Happy End, zumindest für Michael Burry. Jetzt nicht unbedingt für die Weltwirtschaft. Und jetzt, jetzt hat Michael Burry eben für seinen privaten Hedgefonds die neuen Transaktionen offengelegt. Stichtag 31.12. Was hat er gemacht? Er hat eine Short-Wette auf amerikanische Halbleiter-Aktien glattgestellt. Er hat ein paar US-Aktien neu dazu gekauft auch. Was das jetzt alles im Einzelnen war, dazu hat mein Kollege Lars Erichsen auf seinem Kanal Tradermacher vor ein paar Tagen ein ausführliches Video gemacht. Ich stelle Ihnen den Link auf das Video hier auch unten rein. Und was jetzt aber für uns interessant ist, die zwei größten Positionen von Michael Burry, das sind jetzt eben zwei chinesische Aktien. Und zwar die Alibaba Group und JD.com. Jetzt kann man sagen, naja, so wahnsinnig originell ist das jetzt nicht. Hoffentlich sind es nicht die einzigen zwei China-Aktien, die er kennt. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch feststellen, es sind zwei riesige E-Commerce- und Technologiekonzerne. Beide sind hoch profitabel nach wie vor. Und die Bewertungen sind aber natürlich schon am Boden mittlerweile. Bei Alibaba, da geht das Geschäftsjahr bis Ende März und sie sind aufs laufende Geschäftsjahr bewertet mit einem KGV von 13,7 und für das nächste Jahr sogar nur mit einem KGV von 8,5. Und bei JD.com, da haben wir leider noch keine Zahlen für das vierte Quartal. Aber die sind bewertet für das abgelaufene Jahr mit einem KGV von 11,7 sogar nur und für das laufende Jahr nur noch von 8,2. Und es ist relativ klar eigentlich, wenn das jetzt amerikanische Konzerne wären, dann wäre die Bewertung wahrscheinlich doppelt so hoch. So ist es nur ein Trauerspiel. Hier Alibaba die letzten fünf Jahre. Das sind die US-ADRs, da Einfachheit halber, da haben wir eine längere Historie. Bis Ende 2020 hat es ja eine Rallye gegeben, aber seitdem eben ein verheerender Absturz von über 300 Dollar jetzt so auf 74 Dollar. Und hier nochmal auf ein Jahr, wenn man großzügig ist, dann kann man vielleicht sagen, die letzten Wochen hat es so eine Art Bodenbildung gegeben, mit der könnte man vielleicht arbeiten. Und hier bei JD.com, da haben wir aber noch nicht mal das so richtig. Da hat es eine von November bis Januar gegeben oder es hat so ausgesehen erst mal. Aber auch die hat wieder nicht gehalten. Und auf fünf Jahre bei JD.com auch das gleiche Bild. Eine Aktie, die eben ungebremst nach unten gegangen ist und sich von ihrem Hoch inzwischen auch mehr als geviertelt hat. Und die Analysten, die sagen so gut wie alle, Alibaba und JD.com sind unterbewertet. Aber es will sie eben trotzdem keiner haben. Und dafür gibt es schon auch Gründe. Nehmen wir mal Alibaba. Die sind ja die, die seit Jahren dabei sind. Die können ja ein Lied davon singen, was da alles passiert ist. Von dem ganzen Elend auch. Auf der einen Seite ist Alibaba ja immer noch ein E-Commerce-Gigant. Auch außerhalb von China inzwischen. Mit Lazada mittlerweile. Gleichzeitig sind sie auch der größte Cloud-Anbieter in China. Mit einem Marktanteil von fast 40 Prozent. Und sie haben immer noch ein Drittel von der Ant Group. Und sie haben Lieferdienste. Sie haben eine Supermarktkette. Sie haben auch eine Halbleitersparte. Und sie sind auch ein KI-Anbieter. Goldman Sachs hat die vor ein paar Monaten ins Spiel gebracht. Als Geheimtipp im KI-Sektor. Und darüber habe ich natürlich hier auch berichtet. Also lauter spannende Bereiche im Prinzip. Aber was hat es gebracht? Nichts. Und dann eben noch die ganzen Hiobs-Botschaften die letzten Jahre. Das Ant Group IPO, das geplatzt ist. Die harten Regulierungen. Die Milliardenstrafen. Und dann natürlich jetzt eben auch ein schwaches Umfeld. Eine schwache Nachfrage. Und kaum noch Wachstum. Und das Thema Regulierung jetzt. Und diese ganzen Dinge. Da würde ich sagen, das ist inzwischen zum großen Teil gegessen. Aber was natürlich noch nicht gegessen ist, ist das mit dem Wachstum. Und da geht es auch nur zum Teil darum, dass China und die chinesische Wirtschaft jetzt vielleicht nicht mehr so gut läuft. Sondern es gibt da noch ein anderes Problem. Das vergisst man nämlich immer gerne als Anleger von hier auch. Nämlich wie wettbewerbsintensiv der chinesische Markt ist. In vielen Bereichen und eben auch im E-Commerce. In USA, da haben wir Amazon. Und danach kommt lang nichts mehr. Und dann eben so Walmart und Ebay irgendwann mal. Oder bei uns Otto und Zalando. Aber Amazon ist hier bei uns unangefochtener Marktführer. Und in China war das eben auch jahrelang Alibaba. Aber dann ist JD.com gekommen mit einem riesen Investitionsprogramm. Und die haben den in wenigen Jahren Marktanteile abgenommen ohne Ende. Und jetzt ja auch noch Pindodo. Bei uns bekannt als Temu. Mit ihrer extremen Billigstrategie. Auch darüber habe ich hier ausführlich berichtet. Und dann auch noch Douyin von ByteDance. Also TikTok in China. Alle drängen sich jetzt in den E-Commerce-Markt voll rein. Und dadurch haben wir eben eine Situation, dass der E-Commerce-Marktanteil von Alibaba 2019 noch bei 68 Prozent war. Und jetzt ist er aber nur noch so bei 42, 43 Prozent. In einem Markt, der aber auch nicht mehr so wahnsinnig wächst. Und auch der Marktanteil von JD.com schrumpft. Hier haben wir die Marktanteile 2022 und 2023. Der von 2023 ist noch geschätzt. Aber bei Pindodo und bei Douyin, da geht der Marktanteil noch hoch. Bei Alibaba und bei JD.com, da geht er zurück. Obwohl JD.com ja auch irrsinnig investiert hat. In Logistik, in Fulfillment bringt ihnen aber gerade auch nichts. Und die Billigstrategie von Pindodo, darauf müssen die jetzt natürlich auch reagieren. Alibaba mit seinen Kaobao-Deals. Und bei JD.com, da gibt es auch sowas. Aber das geht natürlich wieder auf die Gewinnmargen. Trotzdem müssen sie es machen, sonst verlieren sie Marktanteile und dadurch am Ende vielleicht auch Händler. Es ist also schon ein Markt, der inzwischen schwierig ist. Aber trotzdem, trotzdem sind die Aktien natürlich zu billig. Bei Alibaba jetzt zum Beispiel, da ist der Umsatz zwar nur noch um 4% gestiegen im letzten Quartal und der Nettogewinn ist auch um 69% eingebrochen. Aber eben wegen Abschreibungen. Und ohne Sondereffekte, naja, da ist er um 4% gefallen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass der jetzt nochmal ein paar Quartale lang ein bisschen runter geht, wegen dem Margendruck eben in dem Markt. Aber gehen wir mal davon aus, dass Alibaba überhaupt nie wieder wachsen würde. Dass alles, an dem sie arbeiten, überhaupt gar kein Wachstum mehr bringen würde. Dann haben wir aber eben immer noch die niedrige Bewertung und wir haben einen Nettogewinn von 6,8 Milliarden Dollar nur im letzten Quartal. Und auch einen freien Cashflow von knapp 8 Milliarden Dollar. Also auch wenn sie stagnieren, sie würden als Value-Aktie immer noch ziemlich gut durchgehen. Weil sie natürlich eine Gelddruckmaschine sind, nach wie vor. Und davon abgesehen, sie werden jetzt die nächsten drei Jahre sogar wahrscheinlich auch noch eigene Aktien zurückkaufen für 35,3 Milliarden Dollar. Und bei JD kommen das Gleiche in Grün eigentlich. Da ist ja im Herbstquartal der Gewinn sogar um 33% gestiegen wieder. Deutlich besser als erwartet, trotz einem stagnierenden Umsatz. Und trotzdem am Markt rechnet man jetzt wieder mit fallenden Gewinnen, eben wegen dem Preiskampf. Und auch das kann gut sein. Aber JD kommen, die sind jetzt wirklich nur noch bewertet mit dem 1,2-fachen vom Buchwert und machen aber trotzdem Milliarden Gewinne. Sie sind also im Prinzip beide attraktiv, nach wie vor beide Aktien. Jetzt müsste halt auch der Markt mal anspringen. Wie gesagt, Michael Burry, der hat ja auch eine Shortwette am Laufen gehabt auf Halbleiter-Aktien. Die hat er aber wohl glatt gestellt. Er hat da anscheinend kapituliert. Und Kapitulation, das spielt auch bei China-Aktien eine große Rolle, würde ich sagen. Ich habe stark den Verdacht, wir sind da im Moment in einer Kapitulationsphase. Viele Anleger hätten ja vielleicht schon gekauft, aber sie haben dann eben auf den Markt geschaut und haben gesagt, es hat einfach keinen Sinn, großartig. Und man liest ja inzwischen auch Sachen, so wie das hier. Ein Think Tank des Atlantic Council aus den USA sagt, der Börsencrash in China ist so brutal und die Lage in China ist so schlecht, dass die ausländischen Investoren nie wieder zurückkommen werden. Aber sowas hat man natürlich auch schon oft gehört. Und die Erfahrung sagt, die kommen immer wieder, wenn sie eben das Gefühl haben, man kann wieder irgendwas verdienen da. Sie sind ja sogar in Subprime-Anleihen irgendwann wieder zurückgekommen. Und der Witz ist, das Ganze geht ja möglicherweise auch schon los. Hier nochmal der Sechs-Monats-Chart vom HSCEI. Wir haben im Februar jetzt wieder eine kleine Erholung gehabt, wegen den neuen Stimulationsmaßnahmen von Peking. Und es ist so gut wie nicht darüber berichtet worden. Aber nur in der Woche bis zum 6. Februar sind aus dem Ausland 19,8 Milliarden Dollar in China-Aktien wieder reingeflossen. Das ist ein neuer Rekord sogar. Muss jetzt alles auch noch nicht so viel heißen, aber man sieht, es ist viel spekulatives Kapital da, das da sofort wieder reingeht, wenn es das Gefühl hat, es wird auch nur einen Hauch wieder besser in China. Ich bleibe dabei, China-Aktien sind natürlich spekulativ. Aber für diejenigen, die sich ein gewisses Risiko leisten können oder leisten wollen vielleicht auch und da auch entsprechendes Nervenkostüm haben, da ist es trotzdem interessant, weil die Bewertungen sind natürlich am Boden. Aber das Sentiment ist eben auch inzwischen komplett am Boden. Und hier haben wir als Anleger dann natürlich zusätzlich noch das geopolitische Risiko, ganz klar. Und wenn Donald Trump jetzt zum Beispiel wirklich der nächste Präsident wird, dann muss man jetzt auch nicht unbedingt China-Aktien haben mit einem hohen Exportanteil in die USA, sondern dann vielleicht eher Binnenmarktaktien. Da ist also dann schon Titelselektion auch gefragt. Das habe ich hier aber auch schon gesagt. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass es mit Trump nach einer ersten Schockphase vielleicht sogar wieder zu einer Entspannungsphase kommen könnte mit China, weil er das Ganze eben möglicherweise ein bisschen pragmatischer sieht als Joe Biden. Für ihn ist das Ganze weniger eine Systemauseinandersetzung, sondern viel eher ein Handelskonflikt. Aber verlassen wir uns doch im Zweifel einfach auf den China-Versteher von Fokus. Donald Trump macht sowieso das, was Xi Jinping ihm sagt. Und damit bringt er bestimmt auch unsere China-Aktien wieder hoch. Und ein kleiner Tipp noch ans chinesische Außenministerium. Schauen Sie doch mal, ob Sie das verschwundene goldene Klo irgendwie wieder auftreiben können. Das freut Donald Trump dann sicher. Und wenn Sie es nicht auftreiben können, sowas gibt es bestimmt auch günstig bei Temu. Wenn Sie das Thema China vertiefen wollen noch, dann empfehle ich Ihnen den Kanal von meinem Kollegen Erdik Nebel, China to invest. Da geht es ausschließlich um China. Das ist in dem Bereich also eigentlich eine Rundumbetreuung. Und außerdem ist der Erdik ja auch ständig vor Ort in Asien. Und dadurch sieht er eben auch viele Sachen besser oder anders, als wir die hier sehen. China to invest heißt sein Kanal. Und abgesehen davon, ich habe mir aber selber auch schon die Frage wieder gestellt, ob ich hier auch ab und zu mal wieder ein paar chinesische Einzelaktien besprechen soll. Früher habe ich das öfter mal gemacht, aber ich habe da eben auch kapituliert. Weil erstens, es hat irgendwann mal keinen Menschen mehr interessiert. Und zweitens ist dann ja sowieso auch alles abgeschmiert, ob es gut war oder nicht. Aber ein paar Treffer waren trotzdem dabei. Zum Beispiel die Fu Feng Group, ein chinesischer Produzent von Glutamat, künstlichen Aromastoffen und so weiter. Mini-Nebenwert, aber der hat den Markteinbruch weggesteckt, als hätte es den gar nicht gegeben. Und die KGV-Schätzung, die ist jetzt bei 3,3% und die Dividendenrendite ist bei 11,9%. Auch das ist China im Moment. Sie haben das Video damals verpasst, vor zwei Jahren selber schuld. Hier geht es zum Kanal-Abo. Alles Gute Ihnen und Dankeschön selbstverständlich wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.